Salamu alaikum Leute, was geht? Neuer Blog bei Mariettour.de, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, heute Bremen gegen Bayern Blog. Ich habe richtig Bock Leute. Es ist auf jeden Fall heute endlich mal geiles Wetter an einem Sonntag. Richtig, richtig geil. Und ja Leute, auf jeden Fall, mein Tipp für heute, 3-1 Bayern. Wir müssen nachlegen, weil Leverkusen hat gestern gewonnen und es wird heute richtig, richtig wichtiges Spiel sein. Auf jeden Fall Leute, jetzt geht es ab zum Stadion und ich genieße ein bisschen das Wetter hier. Schaut euch mal das Wetter an, wie schön es ist. Blauer Himmel, genau so muss es sein Leute. Auf jeden Fall, schreibt es mal in die Kommentare rein. Was glaubt ihr, wer wird Meister? Bayern oder Bayern? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall Leute, jetzt geht es ab zum Stadion und da sehen wir uns dann wieder. Ich habe so Bock Leute. Abfahrt. So, zwei Stunden vor Anpfiff Leute. Schauen wir mal. Stadion noch relativ leer. Wird sich gleich füllen. Dann geht es gleich ab, Alter. Ich habe so Bock. Euer in der Building Leute. Hier bist du Zwickawlichkeit. Hier ist der deutsche Rekordmeister. Hier ist Geltz. Bayern München. Ja, ja in der Haus Leute. Auf geht's. Heute muss ein Sieg her. Und mittel. Musik Dann fällt jetzt erstmal ein 10-minütiger Fanboykott wegen DFL Leute, deswegen ist es so ruhig hier. Erste gute Chance Leute, nach 5 Minuten. Guter Schad von Bayern. Junge, Junge, Bayern muss aufpassen. Konteranfälligkeit pur. Und das Eilandteil noch 114 auf ihre Eltern. Wie Kutter und Kutter. Scheiß DFB. Scheiß DFB, Alter. Jetzt geht hier wieder richtig ab, Leute. Jetzt geht's nicht weg. Jetzt geht's nicht weg. Ich bin ein Schoen Tor. Ich bin ein Schoen Tor. Ich kann es nicht glauben, das war doch ein Foul, Alter. Das war doch ein Foul. Krank, Alter. Vielleicht auch nicht, aber krank gemacht vom Leben. 1-0-Hin. Was ein Schock, Alter. Krank. Tor zählt nicht, Leute. Ich habe doch gesehen, das war ein Foul, Alter. Boah, Junge. Das war krank hier, das ist schon davor. Die führen, auf einmal komplette Eskalation hier. Also, da schiebt es ihm wirklich zum Durchdrehen. Der pfeift nicht alles. Also, der pfeift sehr, sehr, wie soll man sagen. Der pfeift halt nicht alles, Leute. Fackt mich ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Ich mach was. Bis jetzt kommen wir nicht richtig zu Torschaußen, Leute. Zu wenig. Einfach Ballonschlacht, Leute. Komplette Eskalation. Es platzt da. Komplett. Alle mit Ballons. Schaut es mal. Die erste Wickelschance, Leute, in der zweiten Halbzeit. So gefällt es mir. So muss er weiter machen. Harry Kane. Fast mit dem 1-0. Bayern. 1-0 Bremen, Leute. Man muss sagen, er verdient. Bayern spielt schlecht. 1-0 für Bremen, krankes Tor, was soll man machen, einfach haben sie noch mehr verdient gehabt, deswegen schauen wir mal, ob er noch was bringt, zustande, aber heute ganz schlechte Leistung, geht ganz klar, das 1-0, GG am Bremen bis jetzt, was soll man sagen, krankes Tor von Mitchell Reiser, aka Brasilien Ronaldo, wie die ihn Bremen nennen, nachsichtig Der Ball will nicht ins Tor, Leute, wir kriegen Schaden, der Ball will nicht ins Tor Der Ball will nicht ins Tor, Leute, der Ball will nicht ins Tor, Kane von einem Meter Ich dachte, der Ball wäre im Tor, aber der ist ans Außennetz geklatscht Nein, 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 ans Außennetz Ich dachte, das wäre ein Tor, Leute, das ist kein Tor Der Ball will einfach heute nicht ins Tor, Leute Ciao, ciao Das war's vom Vlog, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Like, am Mittwoch geht's heute gegen Union, GG am Bremen, wir waren einfach besser, wir waren einfach Katastrophen Und, ja, Leute, Mittwoch geht's weiter, Outline, bis zum nächsten Mal, euer Amaretto, ade, tschau Am Mittwoch geht's weiter, brauchen wir uns die drei Punkte, Leute, also, bis zum nächsten Vlog Am besten